Kann mal jeder einen Turm markieren? Das finde ich sehr sexy. Einen Turm? Ja. Kann ich machen. Also von Vierling. Nice. Ach so. Und dann landet jeder auf seiner Farbe. Ich glaube ich lande auf dem Heli, das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Ich kann versuchen, einen von denen zu Team shunten auf Blöd. Aufpassen, Philipp. Ich liege runter zur Farmland. Das ist eine Team. Ich glaube jetzt geht keiner zum Bösen, oder? Nee. Oh, der is broke. Geht noch einer runter? Ah ne, das ist ne... Das ist ne Tür, glaube ich. Das ist ne Tür, glaube ich. Die gehen mir auf den Sack. Auf zwei Türmen keine Waffe gefunden. Nice, ne Shotgun. Same. Ich hab ne Schnappschuss gefunden, alles gut. Oh, okay. Ja, ne Abfahrt. Aber Hauptsache... Aber Hauptsache... Aber Hauptsache... Vier... In Worten... Vier... C4 liegen da oben. Ja, ich hab auch... Ich hab auch... Also hier ist gar nix... Und ich... Ich hab zwei Decoys. Ja? Also... Mit der Schnappschuss... Mit der Schnappschuss und den Decoys... Ja... Es mag noch mit der Kiste... Alles gut jetzt halt. Easy GG's. Easy GG's. Easy GG's. Unser Bounty ist hier. Moving. Hat man das eigentlich aus dem Heli raus gesehen, dass ich heute mit Süßigkeiten beworfen hab? Nö... Aber da hab ich nicht drauf geachtet. Nö... Da hab ich nicht drauf geachtet. Das kann schon. Doch. Der hat gerade gespawnt für uns. Oben auf dem Container liegt noch Geld, falls... Hier auf dem Vorder. Die sind alle im Lagerhaus. Ja. 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 Die haben ne Ausrüstung gekauft. Aber die landen auf dem Dach. Aber an nem ganz unguten Punkt. Broke. Einer. Aaaah. Hier werden sie versuchen rauszukommen. Ich hab Daddy Alfons, du auch? Nein. Passt auf, ich lass grad einer raus. Moving. Wir werden versuchen zum Loader zu gehen. Moving. Da ist er. Down. Dahinter. Oh, fullstun. Ja, ich auch. Hier. Ich bin tot. Ich brauch Hilfe. Ich hab einen getötet, Alfons, der andere ist Stunt. Nice, ich geb euch Deckung. Ich pusht zu euch rein. Ich pusht zu euch rein. Einer wurde gerest oben. Der andere ist tot. Eigentlich. Da ist ein Claim. Das ist ready. Kann sie ab. Ah, ne. Also aus, als hat sich irgendjemand geghostet. Aber ich kann's mir irgendwie nicht vorstellen. Gleich zum Job weg. Ach, ich gucke. Zwei Loaders. Ich bin auch keine Sniper Munition dabei. Ja, weil ich die alleine zusammen mit hab. Ach so. Hier nimm noch einen. Ich hab acht Schuss zum abgeben. Danke. Alles gut. Gleich wieder 18. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, sick. Ja, sick. Die mir ordentlich zur Berstet. Die Jungs. Einer müsste eigentlich noch leben. Der hat jetzt verbrechen. Einer kämpfte in so einer verkackten F***. Nachdem ich den einen erschossen hatte. Du glaubst, dass ich den sehe. In diesem dunklen Loch. I'm loadout. Knocked. Einer läuft nach hinten weg. Der kommt noch einer von da hinten. Wo? Ah ja. Ich geh ping. Ah, ist die Swifty. Hat jemand einen SCG zum abgeben? Ja, ich. Let's get Swifty in here. Danke. Die haben loadout eigentlich gefinished? Oder ist der noch am rumknabbeln? Nein, 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 nein. Den hat irgendjemand gefinished. Ja, komm, fliegen wir gleich hin oder? Ja. Die ganzen, die ganzen Debrickons können wir eigentlich machen. Hier, das ist perfekt. Ich bin schon offen hier. Wacht ihr den? Ich warte schon mal bei der nächsten Aufklärung. Also beim nächsten Auftrag dann. Ey, nächstes Level sind wir. Ah, nein, da ist auch ein Stopp direkt neben dran. Okay. Ich hole mal... Warte mal, ich hole mal ein Selfie und ein... Ding da drüben. Hol mal ein Huey noch. Oh, das Ending wird grob. Seh ich jetzt schon. Boah, ja. Oh, groß weiß ist noch drin. Ja, es ist geil. Okay. Es ist das Gebäude drinnen. Liga. Ich geh schnell shoppen. Seh ich. Gregor, raus. Hoppala, ja. Gregor, raus. Ja, ja. Ja, das ist ein Fullteam. Lass mal... Nicht überrascht. Nicht überrascht. Ah, das ist groß weiß, ja. Moving. Enemy UAV overhead. Okay. Exerfahrt. Snipes von Orange. Ah, von dem Haus neben mir. Ja, ja, ja. Nice. Noch ein Tag. Einer broke. Ich bin am Aufzug unten. Nice, sausch... Oh mein Gott, Jungs. Oh, wunderschön. Die haben wir so hart zerstört. Alter, das hat Cash gebeten. Den einen hat's richtig weit weg gegetet. Mit dem Prezi. Der ist noch einer. Der muss aber unten drin sein. Der hat mich getroffen. Oh shit. Ich zieh jetzt durch. Ich zieh durch, ich zieh durch. Nee, oder? Doch, 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 doch. Nice. Nicht selfen, nicht selfen, nicht selfen, nicht selfen. Ach, ich hole euch, ich hole euch. Ja. So, stark. Danke, Gregori. Nein, Chris. You look like hammered shit. Sag der. Na, danke. Nicht da oben. Ich kann. War das nur eine? Sie hat nur einer, ja. Nice. Warte, Johnny. Warte, Johnny. Ich tipp dich. Einer ist noch da. Hauen die nach unten ab? Ja. Ich glaube, ja. Aufziehen, aufpassen. Oder Seil, aufpassen. Nicht, dass sie sich hoch sein. Seil bin ich. Seil bin ich. Moving. Dem Heli ist halt echt sexy, dass der so überlegt hat. Ja, weil ich den weggeflogen hab. Na ja, true. Nice, man. Der Heli hat nicht plus 12 Panzer umgekriegt, nur weil wir ihn haben. Plus 12. Boah, wenn wir in der letzten Zone auf Stadiondach kommen, das wär sick. Das wär echt perfekt. Ja, wir müssen davor nochmal, zum Beispiel eine Gasmaske, können sich dann jeder eigentlich actually noch kaufen. In einem Square Shop. Hier ist der Square Shop, dort. Ach so, ja. Oder Stadiondach. Stopp. Also ich hör nix unter mir auf jeden Fall, es könnte natürlich n Daddy Push kommen, aber... Ja, aber die können nicht das komplette Treppenhaus mit Daddy hochpushen, dafür ist das Treppenhaus zu hoch. Hier ging Lodi runter. Uh, ja, Full Team. Wo? Bei Blau. Ich bewache nicht mehr das Seil. Ich bewache auch nicht mehr meins. Alle am Greeden jetzt, gell? Gefällt mir. Einer K.O. Warte, ich hab nen Prezi für den. Der ist im Gas, der wird sterben. Wo ist der? 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 Hier? Moving! Du könntest hier hinbrezen, prez mal blau. Warte, ich bin gerade dabei dann hier zu töten. Ah ne, die sind hier unten. Die sind hier unten. Die zwei sind runter. Einer K.O. hier ich hier auf der anderen seite rotiert kommt unten hoch wurde von wem anders getötet der wurde von wem anders getötet oder der hat schüsse noch gekriegt von von hier irgendwo grob sehr gut ich weiß es nicht eine plattenbox bei der way ich bin voll ich habe auch eine die lüge kann alle legen ich habe auch eine ja ich klicke meine einfach mal hoch die tops dach ist keiner mehr da unten sind sie blau 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 ich springe hinter uns sind dort und da und da und da und da ist ein das ist ein das ist reingelaufen ich habe noch ein präzis vor mir die mei ist wichtig zwei teams die anderen sind stadion ich glaube die sind 3 1 aufgeteilt wir können hier rüber das ist ein ich habe noch ein präzif von dem einen aufgesammelt die müssen alle raus einer ist auf dach gelandet das gibt es nicht oder ist noch ein polis drin auf meinem körper dikne empfiehlt kannst uns beide wiederholen wenn du zum ding zurück ist du ich habe gerade andere probleme ja ich bin wie zum fick alter das haben wir gerade nicht wirklich verschissen oder das haben wir gerade mal einfach das ist ein theoretisch außer du alter wir haben das gerade echt verschissen wirst du mich verarschen dass der rest von denen noch ein polis drin war war zu richtig hat dass die vor allen dingen ein cluster haben ja der cluster hat mich auseinandergerissen ja mich hat der cluster auch völlig zerfickt weil ich die pose wechseln musste lol vor allen dingen die hingen alle zu dritt in dem three stack in dieser einen ecke da am stadium und haben eine gerest